Untertitelung des ZDF, 2020 Ein lichter Tempel, der dort in Mitten so kostbar, als auf Erden nicht begann. In ein Gefäß von wunderschönem Segen wird dort als fechtes Heiligtum bewacht. Es war, dass andere Menschen rein zu fliegen, herab von einer Ringe schargebracht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020